Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, noch nie waren so viele Beschäftigte in Kurzarbeit wie jetzt. Vom März bis Mai haben die Betriebe Kurzarbeit für fast 12 Millionen Beschäftigte angemeldet. Die Bundesagentur für Arbeit schätzt im April, dass 6 Millionen tatsächlich in Kurzarbeit waren. Tendenz steigend. Das sind Zahlen, die es so bisher noch nie gab. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009, das wurde eben gerade schon gesagt, waren es 1,4 Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Und 1991 nach der Wiedervereinigung waren im Jahresdurchschnitt 1,8 Millionen Menschen betroffen. Wenn es heute 7 Millionen sind, dann ist das eine völlig neue Dimension. Im Unterschied zu 2009 sind es auch andere Jobs, die in Kurzarbeit angemeldet sind. Die Krise griff nicht nur die Produktion mit voller Härte, sondern mit voller Härte insbesondere den Dienstleistungsbereich, insbesondere die Gastronomie, die Hotellerie, den Einzelhandel. Das heißt zweierlei. Und Henrike Müller hat es eben gerade auch schon gesagt. Der Anteil von Frauen in Kurzarbeit ist viel höher als 2009 und der Anteil von niedrigen Löhnen ist auch viel höher. Gerade Beschäftigte mit niedrigen Löhnen haben aber keine Rücklagen, um Einbußen durch die Kurzarbeit auszugleichen. Anteil davon wird das Kurzarbeitergeld mit Hartz-IV-Leistung aufstocken müssen. Das ist sozial ungerecht, das ist unwürdig und das ist geschlechterpolitisch nicht akzeptabel. Dass bei der Höhe des Kurzarbeitergeldes zur Bekämpfung der Corona-bedingten Wirtschaftskrise nachgebessert werden muss, das hat ja auch die Bundesregierung verstanden und nachgesteuert. Leider gehen die bisherigen Nachbesserungen an der Realität und den tatsächlichen Problemen vorbei. Während die Bundesregierung davon ausgeht, dass erst bei längerem Bezug der Kurzarbeitergeldzahlung erhöht werden muss, da sich die Rücklagen der Betroffenen erschöpfen, ist die Realität, dass Beschäftigte mit niedrigen und mittleren Einkommen gar keine Rücklagen haben. Deshalb wollen wir mit einer Bundesratsinitiative eine soziale Staffelung der Kurzarbeitergeldregelung erreichen, die die realen Probleme der Beschäftigten aufgreift. Mit dieser sozialen Staffelung wollen wir sowohl die konjunkturelle Nachfrage stabilisieren, aber auch ein unnötiges Ansteigen von SGB II bzw. Hartz-IV-Leistungen verhindern. Von einer sozialen Staffelung beim Kurzarbeitergeld würden überwiegend Frauen profitieren, da sie häufiger aufgrund von schlechteren Entlohnungen davon betroffen sind. Ein zusätzliches, bisher noch nicht aufgegriffenes Problem der Kurzarbeitergeldregelung wollen wir mit der Initiative ebenfalls aufgreifen. Und das wurde eben ja auch schon gesagt. Die Kurzarbeitergeldregelung führt bisher zu riesigen Problemen und Verwerfungen bei Beschäftigten, die sich in Alterszeitzeit im Blockmodell befinden. Deshalb muss die Pflicht der Nacharbeit für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen entfallen, damit sie ohne Nachteile auch an Kurzarbeit teilnehmen können. Und meine Kollegin Heretani hat es ja eben auch gesagt, es kann doch nicht Sinn und Zweck einer gesetzlichen Regelung sein, dass bei einer Pandemie die besonders betroffenen Kolleginnen in den Arbeitsstätten mit höherem Risiko verbleiben, während die nicht so stark gefährdeten Kolleginnen zu Hause bleiben. Das kann so nicht sein. Und es sind keine Einzelfälle. Allein bei Daimler in Bremen sind 1.300 Beschäftigte in der Alterszeit damit betroffen. Das muss auf Bundesebene geregelt werden. Und auch dazu dient unsere Bundesratsinitiative. Und wir bitten um Unterstützung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.